Als Amateursportler ist es sehr schwer, grosse Sponsoren zu finden. Darum war mir «I believe in you» eine riesige Unterstützung. Die Beratung von «I believe in you» ist mir vorgekommen, so wie familiär und herzlich, nicht kompliziert. Wir würden das Projekt «I believe in you» auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen, weil wir einfach so positiv von diesem Effekt überrascht wurden. Ich finde es cool, geben den Athleten Chancen über «I believe in you» ihren Traum zu verwirklichen. Ich habe mein Projekt nicht nur zu 100% erreicht, sondern auch noch einen Plus gemacht, den ich auch super in meinen Sport investieren können. Und das Coole ist vor allem, dass ich auch Geld von Leuten bekommen habe, die ich gar nicht gekannt habe oder gar nicht gedacht habe, dass ich von ihnen Unterstützung bekommen werde. Danke «I believe in you» für die super Unterstützung. Danke «I believe in you». Merci «I believe in you». Ich habe auch den grossen Dank «I believe in you», was sie für mich ermöglicht haben. Danke vielmals «I believe in you». Merci «I believe in you». Ich habe auch den grossen Dank «I guess today». Danke «I believe in you» Э irgendwas für mich irgendwie einfacher. Oder du nur wópterle sowas so, was sie sch tiveren?